Durch die Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. Wenn man das Geld nicht mehr hat, dann hält das nichts. Dann hält das nicht nur aus Mist für die Planterie. Das muss man dann einfach weichschmieden. Wenn man nicht für diese Welt gegodet ist, dann schmeckt das nichts. Viele Menschen sind so froh, dass sie keinen Schmied mehr haben. Aber sie schmeckt das nichts. Sie tun nichts schlechter, sie tun nichts gegodet. Sie setzen bloß einfach durch. Das sind Menschen, die halten nicht für den Recht Gottes, die halten nicht für den bösen Feind, die halten nicht für nichts. Das ist so trürig. Die Bibel sagt, es wird doch schön sein, wenn wir kalt oder heil sind. Aber wenn wir so leif sind, dann wird er uns aus dem Müll aus. Und wenn wir nicht in der Recht des Sollts sind, dann kann Gott uns nicht beobachten. Wenn wir nicht brennen für Gott, wenn wir nicht klorten Zeugnis geben von Jesus, davon verteilen, was er in unserem Leben hat, Zeugnis geben von den Wundern, die er getan hat, andere Menschen dort seien, wenn wir gebeten haben, in gotthaftiger Antworten seien gotthaften Wundern, Gott hat mein Gebet erhiert. Wenn wir nicht Zeugnis geben von dem, was Jesus am Krieg von uns Menschen gebeten hat, dann sind wir ein Sollt, das für nichts tut. Was für ein Sollt, weißt du? Weil wir Gott daran beten, dass wir so ein Sollt sind, das wirklich nur Jesus schmeckt hat. Herr Jesus, Das war eine Produktion von Jesus Responde, Töp macht wie den Namen Jesu gerade schriebe über Paraguay in der Welt. Kontaktier uns unter info.jesusresponde.com Untertitelung des ZDF für funk, 2017